Ich bin so lonely, ich bin so lonely, ich bin so lonely, er gedacht. Tja, kannst du damit leben? Was? Ich sagte, kannst du damit leben? Leben womit? Dass dieser Schweinehund rumläuft und dieselbe Luft atmet wie du? Und dass er immer wieder davon kommt. Dann folgt dich das nicht? Ja. Und willst du, dass der Spuk aufhört? Oh ja. Ich würde ihn umbringen, ihm ins Gesicht schießen. Ihn umlegen wie ein Hund. Das meinst du doch, weil ich im Ernst... Ich habe nur gesagt, was ich tun würde. Das würdest du tun? Das Schwein verdient es doch nicht, weiterzuleben. Hey, hab mir Angst, da einfach folgt mich. Ich will ihn schon umbringen, aber ich will nicht für den Rest meines Lebens im Knast. Ey, Mann, das ist doch voll klar. Ich es schaffen würde, so davonzukommen. Davonzukommen? Ihn umzubringen ist das Schwerste, aber ungestraft davonzukommen ist doch ganz einfach. Für die Bullen ist ein Zuhälter doch nur ein Stück Scheiße. Ich finde, alle Zuhälter auf der Welt sollten erschossen werden. Mit zwei Schüssen in ihren Schweinekopf. Die Bullen geben der Party, Mann. Solange du nicht am Tatort mit dem raufenden Colt in der Hand erwischt wirst, wirst du davon kommen. Clarence, ich mag dich. Ich hab dich immer gemocht. Und ich werd dich immer mögen.